Hallo, ich bin Günther, willkommen zu der Dönerbude. Viele von euch wissen es vielleicht nicht, aber es gab tatsächlich vor langer Zeit einmal einen Günther aus der Dönerbude, Community Discord Server. Allerdings sind irgendwie drei Leute beigetreten, alle kannte ich privat. Es ist einfach nichts passiert und damit hat sich der Server eigentlich relativ sofort aufgelöst. Jetzt ist mehr Zeit vergangen, auf meinem Kanal gibt es mehr. Und deswegen möchte ich mit diesem Video einmal fragen, würde das Interesse bei euch Zuschauern bestehen, dass ich wieder einen Discord Server eröffne? Das Ganze soll dann wirklich einfach ein Platz werden, an dem man sich in Ruhe unterhalten kann, zwischen den Zuschauern. Ich würde mich natürlich auch gerne mit unterhalten. Man einfach über verschiedene Dinge reden kann, auf die man Lust hat. Alles mögliche, es müssen keine Videospiele sein, können es aber auch. Es müssen natürlich auch keine sein, die ich spiele. Man kann sich auch natürlich gerne über Dinge unterhalten, die mich irgendwie betreffen, meinen Kanal. Ich nehme gerne dann konstruktives Feedback entgegen, auch für den Discord Server nehme ich gerne Vorschläge an, sobald es dann soweit sein sollte. Es soll einfach ein gemütlicher Ort sein. Wenn das Interesse bestehen würde, dann zeigt mir doch mal mit einem Daumen nach oben, dass ihr einen Discord Server wollt. Ich werde dann vermutlich, ich drehe das heute am 24.07., fahre in drei Tagen in Urlaub und ich denke, ich werde gucken, wie das Feedback ist, sobald ich aus dem Urlaub zurückkomme, was am 7. oder 8. August wäre. Ich fahre theoretisch am 7. zurück, bin dann aber erst gegen späten Nachmittag wieder zurück, deswegen. Und je nachdem, ich fände es halt ganz schön, wenn ich wüsste, dass nicht nur zwei, drei Leute drauf sind. Ich würde schon gerne eine zweistellige Anzahl an Leuten drauf haben, deswegen schreibt doch in die Kommentare oder lasst ein Like da, wenn ihr den Discord sehen wollt, je nachdem, was die Bewertungen sagen, werde ich dann vielleicht einen erstellen. Wir sehen uns dann hoffentlich auf dem Discord, wenn er denn gewollt wird oder sonst bei anderen Videos. Schönen Tag noch, bis bald und ciao.